Liebe Fans des FC Hansa Rostock, als erstes möchte ich mich bedanken für die überragende Unterstützung beim letzten Auswärtsspiel in Duisburg. Ihr wart richtig laut und auch in den anderen Auswärtsspielen hat es mächtig Spaß gemacht, mit euch dort zu spielen. Das andere, ich habe hier das Benefizspiel erlebt. Als die Hütte voll war, hat es gebrannt, da war die Stimmung überragend und ich möchte, dass wir annähernd sowas hinkriegen beim nächsten Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Also packt eure Freunde ein, eure Familie, kommt alle ins Stadion, unterstützt uns. Die Mannschaft wird es euch danken. Wir können zwar nicht garantieren, dass wir gewinnen, aber wir garantieren, dass wir alles geben werden. Also bis Samstag. Philharmonos 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 первbegle давай Dude неп Covid Philharmonos 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 Untertitelung des ZDF, 2020